Wirtschaft vor Ort auf Wörgl.fm Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wirtschaft vor Ort und heute haben wir uns den Mario Mattes eingeladen von Il Gusto di Mario. Ist ja wie die Faust aufs Auge. Mario, schön, dass du da bist. Ich danke für die Einladung, freut mich. Mario, dich kennt man ja schon vom Futterkissl in Kirchbichl und als Hundetrainer. Jetzt einmal eine ganz andere Richtung. Wie kommt's? Ja, eigentlich ist die Idee schon vor langem entstanden. Ich wollte immer schon gut oder beziehungsweise ich tue immer gern gut kochen, gut essen. Ich liebe gute Küche, um das einfach zu sagen. Allen voran italienische Küche und thailändische Küche. Und wie kommt es jetzt auf die italienische? Natürlich der Bezug zu Italien ist da sehr nahe, sage ich jetzt einmal. Jeder kennt das. Jeder, sage ich jetzt einmal, liebt diese Küche. Das Land ist schön. Die Leute sind toll. Ja, es passt einfach alles. Und wir haben da in der Nähe eigentlich nichts in dieser Qualität, in dieser Auswahl. Und das war jetzt genau das, wo ich mich für das entschieden habe. Einfach das Futterkissl zu erweitern auf das. Ich bin ja ein Würgler und wollte eigentlich schon lange im Würgeln was machen. Und das hat es jetzt einfach so gegeben im City Center drinnen. Und ja, wir haben eine Motzgeule damit. Schön. Deine Produkte, fährst du da selber zu den Erzeugern hin? Weil die muss man ja zuerst einmal sorgfältig aussuchen, dass sie auch die Qualität bringen, die du haben möchtest, oder? Also ursprünglich war es tatsächlich das Ziel. Ich wollte das machen, aber es ist unheimlich schwierig. Einfach sehr, sehr zeitaufwendig. Ich habe da einen Importeur, der seit 1973 italienische Produkte in einer Riesenauswahl und vor allem in einer wirklich sehr guten Qualität vertreibt. Und den habe ich durch einen Zufall gefunden. Natürlich ist alles auch ein bisschen ein Glücksspiel gewesen, sage ich, dass man was bestellt, man herpasst, die Qualität. Das war mir natürlich ganz, ganz wichtig. Und ich traue mir heute zu sagen, einfach auch für die Feedback. Wir haben jetzt schon über 2000 Kunden gehabt vor Ort, die bestätigen das. Wir haben viele Stammkonten schon gewinnen können und wir sind überzeugt, dass wir da den richtigen Weg einschlagen. Kann ich mir das so vorstellen, wie wenn ich in Italien reingehe und da gibt es ein bisschen Salame zum Kasten und da gibt es ein bisschen Käse, dann gibt es vielleicht noch einen Prosciutto dazu, dann gibt es ein Tartuffi, also alles Mögliche bei dir zu haben. Ja, genau. Und so auch, wie du das jetzt schon sagst, also tatsächlich, dann wir sehr gerne und das öfter verkosten. Also wir haben da schon einen direkten Kontakt zu dem einen oder anderen Bauern bzw. Erzeuger und immer wieder gibt es ein Kostprodukt bei uns. Das ist uns auch ganz wichtig, dass die Leute die Produkte, die guten Produkte auch bei uns probieren können, bevor sie es kaufen. Worauf liegt denn überhaupt dein Augenmerk an den italienischen Produkten? Es gibt ja welche aus Süditalien und welche aus Norditalien. Nein, wir haben eigentlich aus ganz Italien, also wirklich ganz runter bis Kalabrien, Sizilien, aus der Toskana, natürlich auch von da herum, also von, ich sage einmal, Umgebung, Gardasee und so. Also bei uns findest du einfach alles von ganz Italien. Ganz beliebt, das möchte ich da gerade anbringen, ist die Pistaziencreme. Ja. Jetzt war mit der Cranche drinnen, also der absolute Verkaufsschlager bei uns und ja, also ich glaube, bei uns findet da jeder etwas. Italien hat ja kulinarisch sehr, sehr viel zu bieten. Was magst du denn du am liebsten? Ja, am liebsten. Ich sehe schon, es rinnt dir jetzt gerade das Wasser im Mund zusammen. Richtig, richtig. Also wie ich schon gesagt habe, ich würde auch gerne selber kochen, Pasta. Ich meine, man kann so viel verschiedene Pasta machen, was bei mir eigentlich ganz gut ankommt. Oder bei uns ist Pizza, selber gemachte, also wir haben einen Pizzaofen seit einem Jahr. Das heißt, ich kann auch zu dir ein bisschen essen kommen? Ja, warum nicht? Vielleicht machen wir uns dann was aus, jetzt war. Nein, aber das ist halt auch lässig, weil man einfach einen ganz anderen Bezug zu den Produkten kriegt und natürlich auch so ein bisschen Tipps weitergeben oder so Geheimtipps, wie es so schön heißt. Und ja, da, sage ich, kommt einfach rein und da holt sich ein paar Tipps ab, gerade was Pizza angeht oder Pasta. Hast du frische Nudeln auch? Nein, also wir haben ab und zu, ich habe leider in der frischen Decke, ich bin jetzt ziemlich klein unterwegs. Ja, das werde ich vielleicht irgendwann einmal ausbauen. Ja, aber wir haben immer wieder Büffi, Mozzarella, Burrata, vor allem Salami natürlich, Schinken, wie du schon gesagt hast, das Zeug haben wir schon da. Ja, von Trüffel habe ich gesehen, hast du auch und was du hast, ist ein Online-Shop, was ich mir jetzt auch denke, dass da sehr viel Arbeit ist. Der ist sehr viel Arbeit, ja, das hast du richtig recherchiert oder wie auch immer. Ja, Online-Shop ist immer so ein bisschen ein Thema, gell. Man sollte jetzt sagen, sehr aufwendig, auf der anderen Seite brauchst du natürlich. Ich will ja nicht nur den Wirklern die gute Qualität bieten, sondern über das Land hinaus. Also wir haben da schon jetzt zumindest in Österreich ein paar Kunden auch, also österreichweit. Ja, die Arbeit ist, bis jetzt ist die Arbeit noch mehr, als wäre das Geschäft mit einem Online-Shop, aber es geht oft schon. Ja, vor allem wenn ein Produkt ausgeht, muss es ja nachher rausgeben wahrscheinlich aus dem Online-Shop. Richtig, richtig, musst du ja immer wieder die Lagerstände natürlich und gerade die frischen Produkte, das ist ganz schwierig einzufliegen. Im City-Center ist es ja auch schon, glaube ich, ein sehr beliebter Treff geworden. Ja, also was mich total gefreut hat, das ist, da gibt es einen Mann drinnen, der ist schon seit, ich glaube, 40 Jahren, oder 30 Jahren, meine ich, gibt es jetzt das City-Center, also seit Beginn drinnen. Und der hat diesen Laden, wir sind im ersten Stock, haben wir ein bisschen versteckt, heißt es immer, der hat den geplant, also mit der Glasfront, wenn wir es haben, also ich finde, das passt einfach zu uns. Und der sagt, das ist jetzt unser Aushängeschild im City-Center und das haben uns auch schon viele Kunden bestätigt. Ja, also wir haben schon ein bisschen einen Namen jetzt, sage ich jetzt mal. Das heißt, man kann vorne und draußen ein bisschen sitzen vor deinem Geschäft. Richtig, du kannst da auch heraus einen Kaffee trinken, wir haben aus Nürnberg ganz einen guten Kaffee und genau, natürlich nicht nur Kaffee, Espresso, Cappuccino, Aranciata zum Beispiel, ist sehr beliebt da oder der Eiste, Pfirsiche Eiste haben wir jetzt seit kurzem auch drinnen, also immer up to date. Es gibt ja immer wieder saisonale Sachen und kaufst du dann auch saisonal ein, oder? Richtig, durch das, was wir am 1. Dezember eröffnet haben, haben wir auch schon die Orangen gehabt, die gibt es natürlich nur zu dieser Zeit, wo sie es auch wirklich ernten, also da haben wir einen ganz tollen Bauern, der was nicht einmal im Lager hat, sondern der dort die ernten und direkt an uns praktisch liefern. Ja, das ist schon spannend, oder? Es ist spannend und wir haben auch immer wieder ein bisschen einen Sortimentswechsel, beziehungsweise wir dann immer das ein oder andere Produkt ausprobieren natürlich, erstmal weil ich es selber gerne probiere und zweitens mal weil ich halt einfach wir den Leuten möglichst viel Auswahl auch bieten wollen. Also Panettone zum Beispiel ist etwas, was man auch kennt, der Hefekuchen mega gut und ja, also man merkt eh schon, wie du es schon gesagt hast, ich kriege keinen Hunger wieder. Du hast ja noch deinen Hund, oder? Richtig. Darf der auch dabei sein? Der Cotto ist immer vormittags dabei, ja, natürlich. Cotto passt auch, ist auch italienisch. Durch das, dass ich ja bei Ferreira lange im Außendienst war, habe ich da ein bisschen einen Bezug und er ist ein brauner, genau, ein Dalmatiner und ja, der ist immer dabei und ist auch so ein bisschen ein Publikumsliebling, sage ich, neben den Produkten. Ja, Hundetrainer hast du ganz lassen? Das habe ich lassen, also es geht sich zeitlich auch gar nicht mehr aus, ich stehe allein drinnen im Geschäft, ja, und das, Gott sei Dank, sage ich, ist ja eine gute Arbeit, also ich habe da eine Futterkiste allein drinnen, also wir haben das zweigeteilt auf Deutsch mittels Shop-in-Shop-System und eben die italienischen Produkte jetzt und nein, das, ja, irgendwann muss es genug sein. Wann hast du offen? Wir haben offen von Montag bis einschließlich Samstag und zwar von Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr. Mario, dann sage ich vielen herzlichen Dank. Il gusto di Mario im City Center. Einfach einmal vorbeischauen und sich von Mario verwöhnen lassen kulinarisch. Vielen herzlichen Dank, schön, dass du heute da warst. Danke, danke. Ciao. Wirtschaft vor Ort auf www.wörgl.fm